Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, ich bin es, der Stu aus der Zukunft. Ich wollte noch kurz sagen, es kommt während der Besprechung zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 zu ein paar milden Spoilern. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich glaube, dass da nichts dabei ist, was jetzt arg so wild ist, aber ich dachte, es wäre nur fair, dass ich euch das im Vorfeld sage und wünsche euch viel Spaß mit dieser Besprechung, die viel Herz hat, aber wenig Struktur. Es hat gefühlte Ewigkeiten gedauert, aber jetzt sind die Guardians in ihrem dritten Solo-Abenteuer zurück. Schuld war eine kurzzeitige Entlassung von Regisseur und Drehbuchautor James Gunn, Corona und andere Komplikationen, aber jetzt, wie gesagt, sind sie da. Und ab dem dritten Mal könnt ihr sie im Kino sehen. Wir hingegen konnten sie schon sehen und mit wir meine ich einmal den Kenny. Hallo Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag. Ja, und die gute Laune an die These. Der Max, hallo. Schönen Montag wünsche ich. Ja, und ich bin's, der ist so. Ja, ihr Lieben, wir kommen relativ frisch aus der Vorführung von Guardians of the Galaxy Vol. 3. Wie gesagt, ab 3. Mai, einem Mittwoch im Kino. Und Kenny, kannst du uns eben kurz erklären, was erwartet uns denn, wenn wir ins Kino gehen? Hm. Ich lese vor. Nachdem sie dem Collector Nowhere abgekauft haben, arbeiten die Guardians daran, den enormen Schaden, den Thanos angerichtet hat, zu reparieren. Wild entschlossen, Nowhere zu einem sicheren Zufluchtsort zu machen, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Geflüchteten, die das harte Universum vertrieben hat. Es dauert jedoch nicht lange, bis ihr versucht, zur Normalität zurückzukehren, durch einen brutalen Angriff eines neuen unbekannten Feindes auf den Kopf gestellt wird. Und Peter, der noch immer vom Verlust von Gamora mitgenommen ist, sein Team um sich versammeln muss, um das Universum zu verteidigen und einen seiner eigenen Leute zu beschützen. Eine Mission, die beim Misserfolg zum Ende der uns bekannten Guardians führen könnte. Vielen Dank. Ja, was diese Synopsis nicht so richtig herausstellt, ist, dass ein Guardians-Mitglied im Fokus steht, nämlich Rocket Raccoon, beziehungsweise die Vergangenheit von Rocket Raccoon. Bevor wir darauf aber eingehen, das ist jetzt mein Fehler, müssen wir aber vielleicht noch vorab klären, wie wir denn überhaupt einmal zu dem Marvel Cinematic Universe stehen und zum anderen, wie wir zu den Guardians stehen. Das ist eine Frage mit dem MCU, die kennt die, kennt die, nein, der kenne ich schon zur Genüge. Ich glaube, die habe ich jetzt zum letzten Mal gestellt bei Thor, Love & Thunder. Trotz allem, lieber Kenny, frage ich dich nochmal, wie stehst du zum MCU und wie stehst du zu den Guardians of the Galaxy? Also Marvel ist ja das Beste, was es Filmproduzenten mäßig so gibt, ne? Die hauen ja wirklich nur super Zeug raus, nein. Also, ich mag alles bis zum Avengers Endgame. Bis dahin war das ein Universum interessant und gut und spannend und da hätte es vorbei sein müssen. Und jetzt wird die Karre ausgequetscht und ausgeschlachtet. Irgendwann ist genug. Glücklicherweise muss man jetzt hier nicht alles weitere danach gesehen haben, aber darauf später vielleicht noch mehr. Ich mag die Guardians of the Galaxy, die waren meine Favoriten neben Iron Man vom originalen Avengers-Konsortium und so, von der Gruppierung her. Und ich mochte den ersten Film und den zweiten, ich finde das alles super. Und habe mich trotzdem auf den dritten gefreut, weil eigentlich dachte man so, diese Zusammensetzung von den Leuten, das funktioniert ja eigentlich. Also kann man sich das ja nochmal geben. Und habe mich sehr darauf gefreut. Tatsächlich. Bei anderen Sachen sage ich mir so, ach nee, muss ich nicht gucken. Ich habe den neuen Ant-Man nicht gesehen, ich habe Shang-Chi, wie das heißt, nicht gesehen. Also ich renne jetzt nicht mehr bei jedem Marvel-Film los und bei den Serien schon gar nicht mehr. Also ich distanziere mich immer weiter von Marvel, weil es einfach zu viel ist und nicht die Zeit einfach nicht hat, mir alles zu geben. Okay. Vielen Dank. Max, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist es so diametral zu Kenny, wo er jetzt aufhört, Marvel zu konsumieren, fange ich gerade erst an. Es ist mein dritter Marvel-Film, den ich gesehen habe. Nach Avengers 3 und Avengers 4 schaue ich jetzt Guardians of the Galaxy 3. Ich baue mir da so ein bisschen, also das Marvel Cinematic Universe baue ich mir so ein bisschen wie Pulp Fiction dann auf. Ich mache so die Episoden und haue sie dann chronologisch so durcheinander, dass sie wenigstens ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Anspruch bekommt. Ja, also wie gesagt, das ist heute mein dritter Marvel-Film und der Rauscher vor. Okay, ja, ich habe alles von Marvel gesehen, also die Filme, bei den Serien bin ich auch irgendwann ausgestiegen und ich bin, also ich wehre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, dass MCU ist Kernschrott, aber es ist schon eine sehr, wie soll ich sagen, sie gehen sehr auf Nummer sicher. Ja, und zu den Guardians, ich liebe die Guardians, das ist mir heute wieder bewusst geworden, ich mag den ersten, ich finde den zweiten fantastisch, mit dem hatten ja schon einige Probleme und den dritten, ich sage es einfach mal, mit dem konnte ich auch viel anfangen. Was mich ein bisschen verwundert, denn es gibt eigentlich in allen Guardians-Filmen, aber auch jetzt mit dem dritten, halt Sachen, die ich sonst, die hätte ich einem anderen Film um die Ohren gehauen. Zum Beispiel, und das ist mein erster Punkt, über den ich gerne mit euch reden möchte, der Film ist halt wirklich kitschig. In ganz vielen Alliterationen ist dieser Film kitschig, sei es bei der Musikauswahl, sei es bei den Bildern, sei es allein bei den Dialogen, das ist wirklich so ein richtig rabiater Tränenzieher-Film. Und wie gesagt, bei anderen Blockbostern hätte ich da gesessen und gesagt, boah Leute, lasst mich in Ruhe mit der Kacke, aber ich weiß es immer noch nicht, seit es den ersten Guardians-Filmen gibt, funktioniert das bei mir. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich muss ja leider irgendwie auch den Max in dieser Unterhaltung mit einbinden. Deswegen Max, fandest du den Film auch kitschig oder sagst du, ich übertreibe da? Also ich fand ihn in erster Linie sehr auszehrend für mich, weil ich eigentlich schon drei, vier Mal mehr oder weniger schon auf dem Weg nach draußen war, also während er lief und dann ging der immer noch weiter. Das war der Vorspann, Herr Rauscher. Dann ging der immer noch weiter. Also der ist schon sehr repetitiv irgendwie, also für mich ist das so drei, vier, fünf Mal halt der gleiche Film in immer wieder anderem Setting, immer mit, ja dann Hau drauf und Krach Bung Peng dazwischen und dann kommt die berühmte Michael Bay Einstellung, wo sie dann alle auf die Kamera zulaufen und während die Zeitlupe läuft, kommt dann irgend so ein, keine Ahnung, kultiger 80er Song und dann geht der ganze Spaß wieder vom Vorlust. Es ist jetzt, ich muss jetzt als Disclaimer natürlich vorher sagen, also es kann unter Umständen sein, dass ich vielleicht in diesem Podcast ein paar Dinge sage, die vielleicht der ein oder andere vielleicht persönlich nehmen könnte. Ich meine es nicht persönlich, ich will hier gleich mal sagen, es ist alles, mir ist klar, dass das alles persönlicher Geschmack ist und dass ich selbst schuld bin, weil ich ja eigentlich wissen hätte müssen, auf was ich mich da einlasse. Deine Frage ist, ob ich den kitschig fand. Also ich muss sagen, das Einzige, was mir an dem Film tatsächlich gefallen hat, wo ich jetzt mir auch vorstellen könnte, dass ich mir so einen 20 Minuten Kurzfilm mir hätte anschauen können, das ist tatsächlich so diese Waschbären-Grundstory, um, also die mehr oder weniger, ich würde mal sagen, so schon als Kit und roter Faden für den ganzen Film hilft und die fand ich eigentlich ganz gut. Also das, wenn sie mir irgendwie mal, also an Disney, hallo, mal zuschicken könnten, so vernünftig geschnitten, hätte ich nichts dagegen. Und ja, es war traurig auf eine gewisse Art und Weise, aber ich meine, dann am Ende kommen Kinder ins Spiel und dann ist es bei mir wieder aus. Waschbären, ja, Kinder, ach nee, geh mir weg damit. Okay, Kenny, wie sieht es bei dir aus? Ja, das bei den Kindern hat auch Paul gestört, der war ja vorhin auch mit mir zusammen noch in der PV-Krise raus. Ja, also ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Also die Story von Rocket tatsächlich war die Stärke des Films, die hat mich auch sehr mitgenommen, die fand ich auch wirklich besonders gut, die war auch verdammt gut gespielt, obwohl es eigentlich nur ein CGI-Kuscheltier ist, sag ich mal, aber es ist lebendig, es ist Rocket. Rocket, ne, also einer des sympathischsten Charaktere von den Guardians und tatsächlich kann er ja nicht wirklich viel machen in dem Film, deswegen gibt es sehr viele Rückblenden, wo seine Vorgeschichte erzählt wird. Also quasi haben wir hier einen Guardians of the Galaxy Origins Rocket, ja, und das hätte es eigentlich auch sein sollen. Also so wie es umgesetzt wurde, haben sie es falsch gemacht, tut mir leid. Also der Film, man muss es sich so decken, man hätte die ganze Geschichte von Rocket in einen schönen 45-Minuten-Kurzfilm zusammenpacken können, vielleicht eine Stunde, wenn du es lang ziehst, eineinhalb Stunden, und die haben dieses schöne Stück genommen, haben das in kleine Stücke gebrochen und haben es dann in eine neue Gussform mit anderen Sachen reingeschmissen. Und voila, fertig ist dieses zusammengewürfelte Etwas. Ja, wobei, ich sehe das anders. Also für mich ist diese Rocket-Geschichte auch sehr stark, aber sie ist vor allem eine Sache, nämlich Motivation für viele der Figuren. Von daher finde ich, dass sie das eigentlich, oder finde ich, ich finde, dass man schon wieder sieht, dass James Gunn hier wirklich der kreative Schirmherr war, was ja bei Marvel auch eher selten ist, dass da jemand wirklich so viel Kontrolle hat, kreativ, finde ich das durchaus gut gelöst. Es ist nicht elegant, das kann man ganz klar sagen, und der Film ist mit zweieinhalb Stunden auch ein bisschen lang. Aber ich fand ihn nicht zu lang. Also ich fand ihn nicht langatmig. Nee, da bin ich leider nicht eure... Oh Gott, ich sehe es schon. Komm, ich bin hier derjenige, der auf der Leine stark steht. Scheiße. Mit dieser Wendung habe ich nicht gerechnet, muss ich tatsächlich sagen. Nee, also ich kann das schon nachvollziehen, wenn man sagt, der Film ist zu lang. Ich für meinen Teil, und ich kann mich hier nur wiederholen, ich bin ja selbst überrascht, wie gut der mir gefallen hat. Aber ich saß da wirklich im Kino, der hat mich wirklich abgeholt, der hat mich emotional überzeugt. Ich fand, die Action-Szenen sind, es ist Marvel, das heißt, das ist jetzt kein Berate, kein Mad Max Free Road, aber für Marvel war das wirklich gut. Ich muss auch sagen, dass die meisten Effekteinstellungen auch wirklich toll waren, bis auf eins, zwei kleinere. Das geht viel, viel schlechter. Nicht nur bei Marvel, sondern auch bei ganz vielen anderen großen Hollywood-Produktionen. Ich kam wirklich sehr zufrieden aus diesem Film. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen an Teil 2, weil da war es ähnlich. Ich kam total euphorisch aus diesem Film raus und um mich herum alle nur so, nee, nee, so toll war es jetzt auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich stehe dazu. Ich mag die Garten, ich liebe die Garten-Suppe-Galaxy. Und ich wäre sehr traurig, wenn sie jetzt weitermachen würden. Denn ich finde, dass der dritte Teil für mich ein guter Abschluss einer Trilogie ist. Eine Trilogie, die so ein bisschen natürlich die Ereignisse aus Infinity War und Endgame braucht, weil natürlich ja auch das Thema Gomorra ein großes ist. Aber für mich ist das wirklich so eine sehr schöne erzählte Trilogie, eine schöne Reise mit diesem Team, sehr viele Individuen, die natürlich alle komplett überzeichnet sind. Aber ich fand es schön. Das ist so die Art von Space-Eskarpismus, die auch weiß, was es ist. Und ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal so viel Spaß im Kino gehabt bei einem Blockbuster. Gott, ich weiß es gar nicht mehr. So, jetzt dürft ihr wieder. Ja, also mich würde es tatsächlich wundern, wenn da noch ein vierter Teil käme. Obwohl es mich nicht wundern würde, wenn da noch ein vierter Teil käme. Es ist Disney, bitte. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kommt da ja eine Serie oder so. Warst du bis zum Schluss im Kino, bis zur letzten Szene? Ist die letzte Szene diejenige, wo sie dann nochmal, Gott, wie soll man das jetzt sagen? Da stehen sie irgendwo in so einer Wüste. Nein, da kommt noch. Nein, noch danach. Was? Kam da noch eine? Ja. Ja, ja. Wie viele kommen denn da? Was geht denn da ab? Ich weiß normalerweise. Also die Credits laufen an, dann gibt es eine Szene und dann laufen die normalen Credits, wo dann nur noch die Namen dastehen. Mhm. Also die animierten Credits und die Text-Credits, sage ich mal. Ganz zum Schluss gibt es auch nochmal eine kurze Szene. Ja. Ich werde nicht verraten, worum es geht, aber wenn ihr sie verstehen wollt, wenn ihr den Witz darin verstehen wollt, müsst ihr das Christmas-Special von den Guardians gesehen haben, um diesen Witz dahinter zu verstehen, der da drin ist. Nur so zur Information. Kämpft sie dann gegen den Weihnachtsmarkt. Guckt euch das an. Es hat was mit Kevin Bacon zu tun, das kann man, glaube ich, sagen. Genau so. Und zum Schluss gibt es den Schriftzug. Ja, ich glaube, das sollten wir besser nicht sagen. Das wurde mir zumindest von der Presse da mitgeteilt, das sollten wir bitte nicht verraten. Und deswegen... Ach so, okay. Okay. Aber, ja, gut. Sagen wir es mal so, also, was man wahrscheinlich verraten kann, das ist... Normalerweise müsste es aus sein, aber, ja, wie Kenny schon sagt ihr, natürlich wird man da immer irgendwelche... Dann ist es schlecht gemacht, weil das Ende ist nicht abschließend. Das ist kein abschließendes Ende. Mein persönliches Ende ist schon abgeschlossen. Aber das ist ja das Schöne daran, weißt du, man muss Figuren auch einfach mal ziehen lassen. Und ich finde, das tun sie hier. Sie lassen Figuren halt eben ziehen. Doch. Jeder geht seinen eigenen Weg. Fertig. Ja, dann musst du auch wenigstens noch zum Ende hin zeigen, dass sie den Weg gegangen sind. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ähm, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin und dann einfach sagen, tschüss, macht's gut. Also, nee. Das ist doch nicht... Das ist doch nicht abgeschlossen. Doch. Das ist für mich eines der besten... Nein, das ist nicht... Das ist eines der besten... Ach, Quatsch. Ach, Kenny, bitte. Du bist nur noch betrunken. Bitte. Nein, nein, aber du... Quatsch. Nein, sorry, Kenny, aber das ist bullshit, was du da laberst. Das Ende war wirklich... Das war emotional mitnehmen. Das würde ich ja nicht schlecht drehen. Das war auch gut gemacht, weil die Charaktere einem in mein Herz gewachsen sind, aber es war kein... Das fühlte sich nicht an wie ein Avengers Endgame oder wie ein anderes Ende. Nehmen wir jetzt Harte Ringe oder was weiß ich. Das ist kein Ende. Nein, wir haben ihre Aufgabe gelöst und sind dazu gekommen, dass jeder jetzt seinen eigenen Weg gehen muss. Und ich höre, das muss ich leider alles rausschneiden, ein wenig Spoilern. Aber ich finde, das ist ein so schönes Ende gewesen. So ein klassisches Ende. Es war nicht dieses, dass alles am Ende nochmal tot erklärt werden muss und dann nochmal das gezeigt wird. Nein, sie gehen einfach ihrer Wege. Und das ist ein unglaublich schönes und für mich befriedigendes Ende. Mehr als die ganzen Enden, die ich in letzter Zeit mit Blockbuster-Kino gesehen habe. Ja, ich muss dir leider widersprechen. Ich fand das Ende nicht zufriedenstellend. Das war kein Ende, wo ich sage, das ist ein Abschluss, sondern das ist so ein Ende, das gibt ganz viel offen und wird dementsprechend auch noch ausgeschlachtet werden. Das ist kein abschließendes Ende. Ja, aber Disney findet immer Wege, was auszuschlachten. Die bringen selbst auf welche Star-Wars-Figuren zurück. Wenn du wirklich einen Deckel drauf machst, dann ist ein Deckel drauf. Aber so machst du es ja nicht. Aber was wäre wirklich ein Deckel drauf? Wie schon gesagt, du müsstest die Enden zeigen. Du sagst, es gehen einzelne Charaktere ihre Wege. Dann zeig mir die Wege und dann tschüss. Weißt du, ich meine, die sagen ja bloß, dass sie die Wege gehen. Du siehst sie ja nicht. Nee, aber das ist doch so eine schöne Offenheit, finde ich. Lass den Figuren doch einfach ihren Raum, dass sie jetzt einfach weggehen. Und das war's. Das ist faul. Nein, was du beschreibst, ist wieder so, was machte eigentlich dann Obi-Wan danach oder was machte die Figur dann oder dann und dann und dann. Nee, einfach ziehen lassen. Nee, tatsächlich, also da muss ich jetzt mal als du zur Seite springen und muss sagen, der Film, der hätte ja dann noch länger gedauert, wenn die dann am Ende noch gezeigt hätten, wo die alle hingehen. außerdem, ähm, das ist ja auch ein Spoiler dann zu sagen, jetzt die Leute gehen irgendwo hin. Also von dem her, ich würde mich viel lieber über den goldenen Jungen beschweren, der da mit dabei ist. Die kannst du auch rausschneiden. Dieser völlig unnötige Superheld, der da auf einmal mit reingebaut wird. Das ist tatsächlich auch ein Satz, wo ich mir gedacht habe, was ist da jetzt schiefgelaufen. Am Ende des zweiten Teils wird ja dieser große Adam Warlock, also nicht eingeführt, aber schon mal so angeteasert. Und ich weiß aus Comic-Reisen, dass dieser Adam Warlock wohl wirklich eine wichtige Figur im Marvel-Universum ist. Wobei, gefühlt ist ja jede Figur im Marvel-Universum. Wurde mir aber auch gesagt von meinem Arbeitskollegen Flo, den ich hiermit grüßen möchte, auch wenn er es nicht hört, der hat mir nämlich am Ding, in der letzten Mittagspause, hat er mir die kurze Einführung in Adam Warlock gegeben. Ich habe die Hälfte vergessen, aber egal. Er ist stark und er ist golden. Und er kann fliegen. Ja, irgendwie sowas, super. Als er das erste Mal auf der Leihwand zu sehen war, dachte ich mir, ist das Homelander? Weil er ist auch wirklich gemerkt, merkt man nicht aus und er ist auch ähnlich dumm wie Homelander und ähnlich stark wie Homelander. Deswegen werde ich ihn jetzt im Laufe des Podcasts nur noch Homelander nennen und nicht Adam Warlock, zumal der Name fast gar nicht vorkommt. Also der heißt wirklich Adam Warlock, oder wie? Also das ist sein, weil der wurde ja, glaube ich, nie, wurde der überhaupt mal benannt? Nee. Ich glaube, noch einmal wurde er Warlock benannt. Er nennt sich Warlock. Ich bin Warlock. Ich habe gedacht, das wäre seine Berufsbezeichnung. Aber da, den haben sie halt groß angeteasert und ich war dann auch überrascht, wie wenig der vorkommt. Ich muss sagen, dass der Will Potter, den kennt man unter anderem aus Bendersnet oder Midsomer, das auch ganz ordentlich macht. Also der tut halt, das Drehbuch gibt ihm nicht mehr. Aber der ist auch, wo ich dachte, also dafür, dass er jetzt so groß angeteasert wurde, ist das jetzt so ein, ja, es gab auch wirklich Momente, wo der dann wieder auftauchte, wo ich dachte, ach, den gibt es ja auch noch. Okay, schön. Trotz allem hat mich das so richtig gestört, hat es mich nicht. Aber das war schon eine Sache, wo ich dachte, ja, da habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet, aber ich kenne mich jetzt auch in der, ich sage es mal, Lore nicht so gut aus. Kann ja sein, dass der auch in den Comics irgendwie nur alle 30 Seiten für einmal kurz vorbeischauen da ist. Der fliegt einmal so durch die Pedals durch und bevor dann irgendjemand erkennt, ist er auf der anderen Seite schon wieder draußen. Ja, genau. Das hat er ja, in dem Film hat er das viermal oder so gemacht. Ja. Das war so immer so, vielleicht sollte der auch so unter den Akten als so kleiner Trenner irgendwie gelten. Ja, und ich muss auch sagen, das war so eine Figur, da war auch, fand ich, relativ schnell klar, wie es mit ihm enden wird, was, wofür er eigentlich da ist. Aber auch hier kann ich nur sagen, es hat mich jetzt nicht so gestört. War es unelegant? Ja, hätte man ihn gebraucht, nicht zwangsweise, aber wir hätten auch eigentlich kein Marvel Universe gebraucht. Ja, das ist, als der, da kommt er ganz am Anfang vor, fliegt durchs Weltall, rammt in diese komische Station rein, hättest du statt dem Charakter einfach eine Rakete genommen, die das gleiche macht, hättest du das getan, das wäre ausreichend gewesen. Wozu brauchtest du den? Das ist ein richtiger Lückwürder, genauso wie ich mache. Als Running Gag. Das sind ja bloß Auftragsnehmer, die kriegen von jemandem einen Auftrag, mach das jetzt. Die haben keine eigene Intention, die haben keinen eigenen Antrieb, sondern einfach nur, mach das jetzt. Die kriegen den Auftrag, mach das jetzt. Und, und das ist, und die haben überhaupt keine, keine Tiefe, die sind nicht wichtig, wenn du sie rausschneiden würdest, wirst du keinen Unterschied merken in dem Film. Absolut unnötig. Jetzt nichts gegen Will Porter, ich mag den, die berühmteste Augenbraue der Welt, aber das ist absolut unnötig, wirklich. Und das hat den Film auch im Endeffekt nochmal aufgeplustert. Wie gesagt, zwei Stunden statt zwei Stunden 30, hättest du die beiden goldenen Heinis rausgeschnitten und noch ein paar Action-Szenen, die doppelt und dreifach waren, wie du schon gesagt hast, Max, rausgenommen und hättest einfach ein bisschen mehr, noch vielleicht ein bisschen mehr Zwischenmenschliches reingepackt, vielleicht noch etwas Besseres erklärt, das Ende. Liebe Grüße an das du. Äh, aber, nee, tut mir leid, also die goldenen Heinis weg, brauch ich nicht. Außerdem, wie viele Marvel-Fans gerade kotzen könnten, weil Kenny immer, das sind keine goldenen Heinis. Das sind goldenen Heinis. Ich möchte, ich möchte auch kurz hinweisen, dass ich, äh, und anscheinend ging es ja nicht nur mir so, äh, auch nicht so wirklich kapiert habe, zu Beginn, was da eigentlich das Sinn und Zweck des Schurken ist. Hm. Also was der da erreichen will. Ja, der, das ist so ein, das kam ein bisschen spät, von Schurke fast schon, fand ich. Also ich, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich mochte den Schurken, weil der so, weil der so irgendwie komplett normal irgendwie wirkte. Er hatte zwar so einen extremen Gottkomplex, aber das hat mein Chef auch, von dem her, ich meine, ich weiß, wie man damit umgehen kann. Wir meinen nicht dich, Chef Andi. Nee. Ähm, aber der, der war sehr, wie sagt man, der hatte so ein, der hatte so was nihilistisches irgendwie auf seiner, auf seiner Agenda stehen. Also der hatte so einen, einen Plan, den er irgendwie erledigen wollte und dann, äh, er hat versucht, den irgendwie durchzuführen, was aber in dem, in dem Film eben erst sehr, spät irgendwie kam, ist eben diese Intention, dass er, äh, er so einen, so eine neue Gesellschaft irgendwie aufbauen will. Wollte das nicht dieser Thanos auch? Das wollen sie doch irgendwie alle, oder? Wollen sie das alle? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich vermisse irgendwie diese, diese schönen Schurken wegen, äh, hier ist Atombombe, gib mir drei Milliarden und ich bin glücklich. Nein, die wollen immer gleich irgendwie eine neue Gesellschaft aufbauen. Die sind dann auch so, eigentlich sind die streckenweise eher wie so Finanzverwalter oder sowas. Die sind, wie das Finanzamt, also das Finanzamt wäre guter, das deutsche Finanzamt wäre ein guter Marvel-Schurke, glaube ich. Ja, das stimmt. Die Marvel-Schurken von morgen studieren BWL, ich sag's dir. Ja. Christian Lindner als Marvel-Schurke. Uh. Es gab ein paar Szenen in dieser merkwürdig organischen Raumstation, wie hat euch das gefallen? Ähm, da hab ich mir während dem Gucken, hab ich mir schon überlegt, wie ich das am besten beschreibe und mir fiel eigentlich nur eins ein, als hätte HR-Giga das Haribo-Hauptquartier irgendwie innenarchitektonisch neu entwerfen dürfen. Das ist lustig, weil ich hab mir auch überlegt, wie beschreibe ich das am besten und ich hatte auch HR-Giga im Sinn, bei mir war es aber HR-Giga trifft auf Sesamstraße. Ja, es ist, sagen wir es mal so, ich hab Stu im Vor-Vor-Vor-Vor-Gespräch ein bisschen gesagt, ich fand den Film eigentlich recht hässlich, muss ich sagen. Und das ist auch einer der Gründe dafür. Also das Produktionsdesign fand ich immer dann gut, wenn es irgendwie so dunkel war. Ich glaub, deswegen gefiel mir auch dieser Teil rund um die Vorgeschichte des Waschbären so gut mit seinen Otterfreunden. Oh, so süß. Also ab dem Zeitpunkt, wo halt diese Androiden-Tierwesen irgendwie mit reinkam, das fand ich gutes, nenne ich jetzt mal Produktions- und Charakterdesign. Und ab dem Zeitpunkt, wo es dann so mehr oder weniger in den Mainstream reinging, ich mein, dieser eine Planet sieht halt aus wie so dystopisches Monkey Island und der andere, wie gesagt, wie die Bonbon-Fabrik von HR Giga. Willi Wonka käme noch irgendwie mit rein. Und ansonsten ist es halt auch nix, was mir jetzt, ja, was mir jetzt gut gefallen. Ich habe aber leider keine Vergleiche, weil ich glaube tatsächlich, für Marvel-Verhältnisse war der relativ hübsch. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Also ich fand den wirklich sehr schön, aber ich mochte die Vorgänge auch. Das sieht natürlich alles sehr technisch aus, aber ich mag das Bunte unglaublich gerne an den Filmen. Ich mag irgendwie dieses Verspielte. Ich mag auch bei ganz vielen dieser Kreaturen, dann ist da halt einfach mal irgendwie eine Kreatur dabei, die irgendwie total seltsam oder einfach nicht cool aussieht, sage ich mal. Und deswegen, ja, doch, ich finde den schön. Also natürlich, das kann man nicht aus Acht lassen, der sieht technisch aus. Du siehst, das ist nicht echt, aber, wie gesagt, wenn man das mal mit anderen, ein besseres Beispiel, Ant-Man 3. Ant-Man 3 hat eigentlich auch eine Welt zu bieten, die sehr kreativ ist, aber es sieht halt wirklich aus wie ein Windows-95-Bildschirmschoner. Und das ist dann bei Guardians schon, finde ich, wesentlich hochwertiger. Und ich finde, dass man wirklich sieht, dass der James Gunn auch eine gewisse, ja, Qualität Aufsicht hat. Ja, du musst das ja immer im Kontext sehen. Also wie gesagt, keine Ahnung. Also ich glaube, dass Guardians of the Galaxy so, ich meine, wenn das Marvel Universe irgendwie McDonald's wäre, so als Analogie, dann wäre Guardians of the Galaxy immer so, wenn einmal im Jahr halt der Big Rösti kommt oder sowas. Irgendwas, wo du dich drauf freust und ein bisschen anders schmeckt. Hm. Glaube ich. Ich glaube wirklich, dass es auch gut war, dass ich so lange Pause hatte. Ich meine, die hatten zwar auch ihre Auftritte jetzt in diesem Holiday Special und bei jetzt diesen Endgame und Infinity War, aber die sind mir relativ egal. Also ich bin wirklich ein Fan von diesen, ich nenne es mal, Solo-Filmen und ich glaube, es tut dem Ganzen auch für mich jetzt gut, dass es jetzt auch vorbei ist. Also ich meine, anscheinend vorbei ist. Das seid ihr euch noch nicht einig. Ja, ganz ehrlich, es ist Disney, die werden alles irgendwie fortsetzen und ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass es ja nicht zwingend so ist, dass die Guardians nie wiederkommen und wenn sie wiederkommen, vielleicht auch in einer anderen Konstellation. Aber dann mit auch, zumindest auf jeden Fall mit anderem Regiepersonal, oder? Ja, ja, das ist klar. Der wird ja nicht auf der einen Seite jetzt, keine Ahnung, Batman retten und auf der anderen Seite dann hier noch versuchen, das Reboot von, ja, von der Spaßgruppe hier anzubringen. Ja, also das ist klar, der geht jetzt zu DC und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass er anscheinend wirklich nur noch so Superhelden-Sachen macht. Ich würde von ihm immer wieder gerne so einen richtigen Genre-Flix sehen. Ich meine, der hat ja früher angefangen bei Troma, bei dieser Trash, so Sachen wie Tromio und Julia hat er gemacht, Drehbuch zu Dawn of the Dead Remake oder dem ersten Scooby-Doo-Realfilm und dann diesen Sliver hat er auch gedreht, den ich eigentlich ganz nett finde. Aber ich glaube wirklich, dass der für diese Sache brennt und ich finde, das Schöne auch bei den Guardians-Filmen ist, das sind Filme, du siehst halt die Regiesprache, sag ich mal. Du siehst, wer da auf dem Regiestuhl saß. Wer jetzt Ant-Man 2, 3 oder Thor 2, 1 gedreht hat, ist vollkommen egal, das merkst du nicht. Aber ich finde, bei Guardians merkst du wirklich diese James-Gun-Handschrift. Deswegen könnte es durchaus sein, dass wenn es dann irgendwann mal einen neuen gibt mit einem neuen Team, dass es vielleicht ein bisschen schwer sein könnte, sich daran zu gewöhnen, zumindest für mich. Ja, aber ich glaube, es wird ja auch eh schwer und jetzt mache ich mal kurz hier Spoiler, 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 so. Es wird ja eh schwer, glaube ich, sich wahrscheinlich an überhaupt so ein neues Team zu gewöhnen, oder? Ich meine, da bricht die Hälfte weg von Personen. Oder ist das jetzt in der End-Credit-Scene? Nee, die End-Credit-Scene, die ist nicht so wild. Also, es ist jetzt so, nochmal weghören an alle, die es nicht wissen wollen, dass die jetzt praktisch aus fünf anderen Personen bestehen, mit dem Waschbären und dem Baum als Eckpfeiler, die blieben. Ja, es ist ja auch so, dass, glaube ich, schon am Ende vom zweiten Teil irgendwie so ein bisschen noch angeteert wurde, dass vielleicht ein anderes Team das machen könnte. Damals noch übrigens mit Miley Cyrus und Michelle Gio. Das ist, dazu ist es nicht gekommen. Ich meine, Michelle Gio ist trotzdem im Multiversum angekommen, nur auf eine andere Art und Weise und auf eine bessere Art und Weise. Also, ja, es ist, also, wie gesagt, wenn ich sage, ich finde es wäre schön, wenn es keinen Guardians-Film mehr gibt, dann bedeutet das nur für dieses jetzt digitale, also für das Team, was wir jetzt kennen, drei Teile lang. Wenn die was Neues machen und dann ist da irgendwie ein Giraffen-Mammut der neue Chef, das wäre mir, glaube ich, egal. Ja, aber da müssten sie sich einfach umbenennen. Ja, aber andererseits, James Bond ist ja auch immer James Bond, ob es jetzt Sean Connery ist oder Tim Fee Dalton. Das soll bedeuten, dass... FC Bayern München ist ja trotzdem FC Bayern München, auch wenn 20 Jahre andere Spieler... Ja, gut, okay, 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 das Team steht über... Ja, Leute, apropos Schachmatt, weiß von euch einer, ob heute das Finale der Schachweltmeisterschaft war? Ich weiß es nicht, aber ich bin letztens in so ein Rabbit Hole gefallen, weil ich mal wieder nicht pennen konnte, vermutlich, weil ich wieder zu viel auf dem Tablet gemacht habe und hab dann irgendwann mal Gruß an den Kollegen Katharina, der hat mich davon erzählt, nämlich Cheating im Schach und bin in so ein Rabbit Hole gefallen, einfach nur so Videos, so wie man im Schach cheatnet. Das war natürlich faszinierend. Ich hab plötzlich so Vibrationen im Arsch. Ja, ja, das ist... Ja, ganz ehrlich, das wäre natürlich auch... Da wird es dann sicherlich auch irgendwann einen Film geben. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Film, den wir eigentlich besprechen, irgendwie zurück. Welcher war das? Es ist guter Film, wenn wir dann noch in Schach abdriften. Mann, wow. Ja, da gibt es doch sicherlich noch einiges zu erzählen. Ich meine, viele Leute mögen ja immer diese ganze Musikauswahl und das gelöht. Und ich so als Jungfrau muss jetzt sagen, ich finde das ja absolut schlimm. Wieso mögen die Leute das? Na, die Songauswahl im dritten Teil war jetzt nicht die beste. Die richtig krassen Banger haben sie ja schon in den ersten Kultenzeilen gespielt. Ich muss jetzt auch sagen, ich mag es per se eigentlich überhaupt nicht, wenn du... Also, ich finde halt eben, das war so ein typisches Schauherr, jetzt kommt was Popkulturelles und dann auch dieser klassische Score, der dann immer wieder praktisch für die Emotionen zuständig war, der war halt auch irgendwie aus der Retorte, finde ich. ich muss sagen, jetzt alle diese... Ja, ich finde das alles... Übergänge waren das Problem. Sehr, sehr... dass diese Musik stilmäßig benutzt wird für Action-Szenen oder für irgendwelche coolen Szenen, wo zum Beispiel, nehmen wir jetzt gleich im ersten Teil, du hast coole Musik, Quill rennt da rum mit seinen Knachen und ballert alle cool ab, während die Musik läuft am besten alles noch schön im Takt oder sowas, alles schön synchronisiert, das ist cool. Aber was dieser Film, dieser, der dritte Teil macht, ist, du hast auch wieder solche Szenen drinnen, die nicht verkehrt sind und plötzlich trifft dir die Motiv aus, es kommt irgendwas Dramatisches und plötzlich ist irgendwas Schlimmes passiert und das ist allgemein so ein bisschen, was ich auch ein Problem habe mit diesem Film ist, du hast solche Action-Szenen, alle sterben drum rum, alles ist cool, alle freuen sich und dann wird aber einer der Hauptcharaktere nur verletzt, er kriegt nur einen Kratzer und schon ist traumatisch, Drama, alles, alle weinen und dann eine Minute später kommt wieder irgendwas krasse Musik und dann geht es wieder von vorne los. Also diese Übergänge, das fiel mir wirklich schwer, mich emotional darauf einzulassen, also für mich, ich hätte Untertitel gebraucht, die mir sagen, wie ich mich gerade fühlen soll. Ein bisschen, ein bisschen muss ich sagen, es hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie so eine YouTube-Playlist oder sowas, wenn es dir da irgendwie so gefällt, also schon irgendwas Zusammenhängendes, aber es ist halt sehr grobschlechtig dann zusammengekittet worden. Irgendwie. Es ist halt kein awesome Mixtape, wie im ersten, zweiten Teil, da war es ein richtiges Mixtape, was da gemacht wurde. Hier nicht. Das, da muss ich dir jetzt zustimmen, weil ich kann dir nicht widersprechen. Ich, ähm, wenn, dann müsste jetzt du von der Seite reingrätschen. Ich fand die Musik toll, mehr sage ich dazu nicht. Aber du, man muss auch sagen, ja, die Musik an sich, ich meine, die hatten schon Songs, die ich mir privat auch gern anhöre, ich meine, sie starteten mit Radiohead, ist ja glaube ich das Erste, was man hier... Das war wirklich das Einzige, wo ich sagte, ich liebe Radiohead, aber warum muss es immer Creeps sein? Die haben so viele coolere Songs. Ah, ich weiß. Okay, aber ganz ehrlich, das ist halt eben, das muss ich sagen, der Film, auch wenn, wenn man ihn gut finden mag oder sowas, ich meine, man kann auch die, die Weihnachtswerbung vom Pennymarkt gut finden, die ist auch gut gemacht, das ist genau das Gleiche. Aber es ist schon irgendwo, ist es ja auch ein, auf Leinwand gebrachtes, Meinungsforschungsergebnis, wenn man mal ehrlich ist, oder? Ja, klar. Klar. Und ich meine, natürlich, ich wäre der Letzte, der jetzt irgendwie sagt, ich will mich über die Masse erheben und jetzt muss alles arzi sein und schmeiß dann meinen Schal über die Schulter nach hinten und die Nase nach oben. Das will ich ja jetzt damit gar nicht sagen, aber, ich meine, so, kann man das irgendwie ein bisschen besser einweben, weißt du? Die Songs passten aber theoretisch themamäßig, songtextmäßig immer zur Situation, oder? Nö, also ich weiß nicht, No Sleep Till Brooklyn von den Beast Boys, wo war da Brooklyn? Gebe ich dir recht, passt eigentlich textmäßig nicht, aber war die theoretisch die geilste Szene im ganzen Film, actionmäßig. Ja, wie gesagt, sie waren da im Beast-Modus, weißt du, Beastie Boys, deswegen. Ich muss auch sagen, also bei mir war es auch so, ich bin, und ich weiß, da werden mich jetzt auch viele hauen für, aber ich konnte nie so richtig connecten mit Floor and the Machine. Ich habe Freunde, die die auch wirklich toll finden, das ist jetzt keine Musik, die ich scheiße finde, aber es fehlte mir immer so der Zugang und ja, ich habe halt jetzt, seitdem ich den Film gesehen habe, glaube ich, dieses Dog Day is Over so oft gehört, dass ich jetzt auch sage, das ist ein geiler Song. Also mich hat das total bekommen. Ist das praktisch ein roter Faden jetzt, der sich durch die Trilogie gezogen hat, oder was? Was meinst du? Wie bei Florence and the Machine? Nee, das klang jetzt so, als wäre der Song irgendwie schon in Teil 1 und 2 irgendwie. Ach so, nein, nein, in Teil 1 waren es mehr so 70er, ein bisschen 80er, dann, es gibt ja auch in dem dritten Teil diese Szene, wo sie diese Playlists durchgehen und jetzt bei den 2000er angekommen sind und ich fand es ganz schön, bei den 2000ern gab es auch viel Müll, das sie dann aber für unsere Machine genutzt haben. Ist ja gut so. Darf ich noch eine, ich meine, ich bin ein bisschen neugierig, muss ich sagen, ich habe ja heute das erste Mal in Satans Rachen geguckt, sozusagen. Du bist Zahnarzt, ne? Ja, man darf bei mir gern, wer will, eine Wurzelbehandlung buchen, kostet 79 Euro und das Einzige ist, ich würde euch gern dabei filmen und das dann irgendwie veröffentlichen. So, nee, Spaß beiseite. Ich muss wieder hier, kurze Spoiler-Warnung. Ist es eigentlich so, Fan-Service, dass da in dem Film Sylvester Stallone und der Typ von Firefly vorkamen oder ist das Ja, also Sylvester Stallone war schon im zweiten Teil mit dabei, der ist da, der Anführer der Revengers, das ist jetzt kein, wie heißen die, Revengers? Revengers? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß, ich finde es bloß unglaublich, muss man sich das Meeting, das Kreativ-Meeting, so, wie heißen die jetzt? Wir haben die Avengers, wie könnten wir sie nennen? Und ja, dann sagt halt Herbert aus Justice League. Na gut, okay, die Revengers. Das sind halt diese Space Pirates. Und der Nathan Fillion, der spielte schon im ersten Teil mit, allerdings in einer anderen Rolle, da hat er so ein komisches Alien gespielt und der ist halt einfach ein guter Freund von James Gunn. Das merkt man auch, weil gefühlt, nachdem der erste Teil so ein Erfolg war, lässt Marvel dem gefühlt alle seine Freunde und Familie Mitglieder mitspielen. Also sein Bruder Sean, das ist der, der diesen Irokesen da auf dem Kopf tragen hat. Das wusste ich. Ich habe mir aber auch gedacht, das wäre James Mecker wohl. Nee, also ich glaube, es war so eine Art Freundschaftsdienst und ich glaube auch, dass viele Firefly-Fans ganz glücklich sind, dass Nathan Fillionen jetzt mal wieder im Weltall sehen, auch wenn, ich sage nicht warum, aber auch wenn sein Space-Anzug sehr, sehr seltsam aussieht. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Gingerbread-Man, findest du nicht? Ja, aber einer, der praktisch in die Fritteuse gefallen ist. Finde ich. Also ich, ich sage einfach, Oscar preiswürdig, dieses Kostüm. Das wird bestimmt nächstes Jahr Kategorie bestes Kostüm. Ja, wobei, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube zwar nicht, dass sie, dass sie, dass sie tatsächlich da irgendwie geklaut haben, aber zufallsmäßig, es gibt bei, bei Elden Ring, gibt es da einen, einen NPC, einen Schurken, der mehr oder weniger eigentlich im Prinzip genauso aussieht und der nennt sich, ich glaube im Deutschen heißt er irgendwie der Dung-Ritter oder sowas, also der, der Scheiße-Esser heißt er, glaube ich. Oh Gott. Wir driften schon wieder ab. Das ist schön. Du, es ist aber, es heißt nicht, abdriften, auf der anderen Seite spricht das ja dann auch für den Film, wenn er irgendwie eine popkulturelle Relevanz hat, dass man dann immer wieder in die aktuelle Popkultur reinkommt. Also ich finde, Peter sollte sich noch zu Wort melden, zwecks Tierwohl und sowas. Das ist übrigens, das fand ich übrigens wirklich toll. Ach, jetzt habe ich gedacht, Peter, Peter Quill, aber nee, du meintest ja Peter mit A. Aber das ist mir schon einiger Zeit aufgefallen, das erste Mal so richtig bei Prey, diesem Predator-Film, da gab es ja, es wurde ja von vielen so ein bisschen negativ angesehen, dass da viele Tierszenen CGI sind, aber finde ich gut, weil das, ich finde es nicht mehr so geil, Tiere vor die Kamera zu zwängen und das tun sie hier nicht. Also hier sind die meisten Tiere wirklich computeranimiert, selbst Cosmo, der Hund, der halt in diesem Cosmonautenanzug da rumläuft und natürlich sieht man immer wieder, dass das nicht echt ist, aber ich finde, das ist schon okay so. Das stört doch nicht. Der Otter sah auch irgendwie halt aus wie, die Tiere reden ja nicht, deswegen haben sie nicht so eine Mimik, deswegen sehen sie immer an Kenny aus, also von dem her. Ja. Und besser als Tiere dann irgendwie zu quälen oder so, finde ich. Und das ist absolut okay. Außerdem, wie gesagt, die Tiere sind ja tatsächlich nicht das, was ich, also das wäre das Letzte, was ich an dem Film irgendwie kritisieren würde, weil ich war, also schon traurig dann so, als Rakakuni dann irgendwie gemerkt hat, dass es seine Freunde irgendwie... Hier, Rocco Trigatoni, wie er da heißt, ja, ja. Nee, das ist schon ganz gut. Also wie gesagt, bastel mir da mal einen Kurzfilm draus, Disney, und mach ihn mit. Frage, wollt ihr den Podcast von Lasse und Dom zu Peter Pan und wenn die schlagen, oder ist es euch egal, wie lang das hier wird? Weil ansonsten würde ich jetzt sagen, lass uns mal zum Fazit kommen, das hatte ihr hier keinen Sinn mehr. Es kommt ein bisschen drauf an, ob ihr überhaupt noch interessiert seid an meiner Leidensgeschichte, die ich da durchgebracht habe. Weißt du, nur weil du leiden musst, musst du mich... Ja, was heißt, das Leiden an sich ist ja, weißt du, keine Ahnung, du weißt, ich habe Bo is Afraid gesehen und ich bin auch die einzige Person auf diesem Planeten, die wahrscheinlich Mulholland Drive damals bei der Erstsichtung zweimal hintereinander angesehen hat und beide Filme kamen mir kürzer vor als der heutige jetzt und ich bin, ich will, eine Warnung möchte ich noch gern aussprechen, damit wir das hier auf Band haben, weil ich nämlich schon mitbekomme, dass für die ganzen Leute, die jetzt schon wieder jammern, dass Babylon und Bo is Afraid, das ist alles so lang und das ist alles so prätentiös und die Filme müssen wieder kürzer werden. Wenn einer von euch da draußen, der das irgendwie bemängelt, bemängelt, dann sagt, der heutige Film, der war kurzweilige Unterhaltung, dann möge ich mir seine Adresse geben, dann komme ich vorbei, dann können wir mal beim Kuchen drüber reden, aber ja, Entschuldigung, jetzt bitte, darfst abmoderieren. Ne, ich bräuchte jetzt schon noch ein Fazit, wobei ich dein Fazit glaube ich jetzt, weiß ich nicht, aber, Ne, ich würde es beschreiben als, keine Ahnung, das ist schon ein bisschen, ne, komm, komm, du musst das vernünftig anmoderieren, das Fazit, weil ansonsten gucke ich mir die Stimmung. liebe Kinder, wenn ihr noch hier zuhört, dann ist mir jetzt schon klar, dass die eine Hälfte sich wahrscheinlich denkt, was ist das für ein, ja, chaotischer Cast, es ist meine Schuld, ich gebe es zu, ich habe es sicher unter Kontrolle, aber, ja, sei es drum, es ist, es ist Guardians, ihr guckt euch das eh an, wenn ihr das hört, also von daher, das stimmt, du kannst so viel schlechtes über diesen Film sagen, wie du willst, die gucken sich das trotzdem an. Ja, ich meine ganz ehrlich, ihr habt, ihr habt, ihr habt Max, der, der gerade erzählt hat, ja, was ich zu Guardians of the Galaxy 3 sagen kann, ich habe mal Hand and Drive zweimal gesehen, und Kenny, der anscheinend keine Ahnung hat, wie man eine Geschichte zufriedenstellen beendet, aber, ich weiß, wie man einen Podcast zufriedenstellen beendet, nämlich mit einem Fazit, und das machen wir jetzt, so, Kenny, dein Vater ist Guardians of the Galaxy Volume 3, von allen drei Teilen der schlechteste, allerdings nur in Mühle schlechter als der zweite, es ist kein schlechter Film, es ist kein sehr guter Film, wer aber trotzdem Fan der Guardians of the Galaxy ist, ja, sollte sich den trotzdem reinziehen, guckt euch hier bitte auch noch den anderen Kram dazu an, der wichtig ist, also halt alle Hauptteile, ne Max, alle gucken, ich muss jetzt erstmal Iron Man 2 gucken, und dann schau ich mir den ersten Thor an, ich muss es dann ausbaden, also alles, was dazu wichtig ist, genauso wie auch Thor Love and Thunder, da kommen sie auch ein bisschen drin vor, das ist wichtig, aber ihr müsst nichts von den Neuen sehen, und wenn ihr Fan davon seid, dann guckt euch den an, er hat nicht ganz so viel Humor drin, wie die anderen, dafür mehr Emotionalität, es wird euch eine Träne weglaufen, oder mehrmals, ja, und die Geschichte von Rocket ist wirklich herzerreißend und rührend, die ist wirklich schön gemacht, ich hätte mir gern kürzer gewünscht, trotz dessen bin ich froh, dass ich den Film gesehen habe. Max? Du, ich sag's jetzt gleich, eigentlich im Prinzip, ich möchte hier nicht als Grieskram irgendwie, Das ist zu spät. Nein, mein ganzen Gries habe ich jetzt vorher schon verschossen, ich will das jetzt alles auf dieser positiven Note enden lassen, dass wir ja uns alle drei einig sind, dass diese Geschichte, diese Origin Story um den Waschbären herum, eine wundervolle ist, die durchaus gern in diesem Marvel-Universum öfter mal an anderer Stelle, also mal sich auf eine Person fokussieren, auf eine Figur fokussieren, und da mal ein bisschen Zwischenmenschliches zeigen, mal so ein paar Emotionen zulassen, das, weißt du, das wäre doch mal schön, dann kommen auch die Leute wieder ins Kino, die sowas vielleicht gern sehen und kommen dann auch dann dadurch wieder mehr in Berührung mit Abenteuerfilmen im Weltall. Gut, vielen Dank. Ich habe es, glaube ich, sehr klar und deutlich gemacht, ich bin Fan der Guardians of the Galaxy, für mich ist der zweite, glaube ich, echt immer noch der beste, der dritte kommt danach, und dann der erste, aber ich finde keinen davon wirklich richtig irgendwie misslungen, ich finde die alle wirklich ganz, ganz toll, weil es fühlte sich heute wirklich im Kino seit langer Zeit mal wieder richtig gut an, das zu gucken, und bin James Gunn sehr dankbar, und es hatte eine schöne Zeit, und weiß jemand, wie lange das Intro von uns geht? Es geht so 30 Sekunden, oder? Weil dann könnten wir es echt schaffen, dass wir Peter Pan und Benny jetzt zeitlich schlagen. Du, ich könnte noch kurz die ersten zwei Seiten vom großen Gatsby vorlesen, so gut nach Andy Kaufmann-Manier. Ich habe übrigens, weil ich ja, ich bin es ja nicht gewohnt, Blockbuster gut zu finden, ich bin ja so ein Film-Hein-Arschloch, habe ich mir danach, um mich danach gut zu fühlen, im Saturn, Grüß an Theresia, eine Jim Jarmusch-Filmbox geholt. Ja, jetzt, warte mal, das kommt jetzt ja hier alles zusammen, Jim Jarmusch-Filmbox, gestern A24-T-Shirts, und mein Freund. Das heute angekommen ist bei der Woche. Ist angekommen, passt. Also, das ist in der Packstation angekommen, aber ich bin noch die Frau gewesen, es abzuholen, weil ich hatte gerade, ich hatte den Schlüssel in der Tür und dann vibrierte mein Handy, ihr Paket ist jetzt da. Ich sage, das ist, aber morgen hole ich es ab. Ja gut, okay, dann sage ich jetzt, du wirst mich am Montag damit sehen. Ach so, Entschuldigung. Am Montag? Ist okay. Ach ja, stimmt, genau. Am Montag haben wir wieder Trailerama und da diese Folge vor der neuen Trailerama-Folge rauskommt, die am ersten, fünften Tag der Arbeit um 20 Uhr stattfinden wird auf Twitch. Hier noch ein bisschen Werbung gemacht. Ansonsten, ich übernehme jetzt mal diesen Part, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Telestammtisch ist überall zu finden, wo es Likes gibt. Im Like-Shop. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Das muss ich mir merken, ist überall zu finden, wo es Likes gibt. Das ist echt gut, wirklich, das gefällt mir. Entschuldigung. Ja, bitte lasst uns einen Kommentar da und wenn die Website funktioniert, www.der-telestammtisch.de immer mit einem Schleifchen drumherum. Eigentlich wie ein Bindestrich zwischen Tele und Stammtisch, aber auch gut. Das ist die Wahrheit. Ich vergesse, was ich sagte. Wir haben übrigens einen Bildungsauftrag. Dementsprechend habe ich noch einen Funfact für euch. Waschbären werden in der Wildnis ungefähr zwei bis drei Jahre alt. Meine Mutter hat jetzt wieder Waschbären erschossen. Also erschießen lassen vom Jäger. Aber das gehört jetzt hier nicht rein. Weil wir haben Peter Pan und Wendy jetzt überholt. Übrigens hört da rein. Da könnt ihr mal hören, wie man mit ein bisschen Struktur über einen Disney-Film redet. Das haben wir hier jetzt nicht gemacht. Aber was ich auch empfehlen kann, ist praktisch den unseren Podcast und unseren Podcast auf den linken Kopfhörer legen und den Peter Pan und Wendy Podcast auf den rechten Kopfhörer legen. Nach etwa 25 Minuten wird sich dann ein Tor vor ihnen aufmachen. Das bitte reingehen und dann ist man in der Unterwelt. Gut. Gut. Was ihr jetzt hier gehört, ist unser Versuch, Kenny zu zeigen, wie ein schlechtes Ende aussieht. Das haben wir hiermit geschafft. Wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Es tut mir leid. Und tschüss. Und dann sagt der Max tschüss und dem Kenny gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ich sag nicht tschüss. Konntest du vergessen. Ich bleib jetzt hier. Macht's gut. Gehabt euch wohl. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.